Hier sehen Sie die Schnellentgratpresse SEP10 und Druckgusszelle mit KRC4 sowie KRC RobotStar von KUKA. Die Anlagen werden zur Automatisierung von Druckgusszellen und zur Entgratung von Druckgusteilen verwendet und sind zudem in der Lage, auch mit übergelagerten Leitsystemen zu kommunizieren. Interessant sind die Anlagen für die gesamte Gießereibranche. Das Besondere ist, erstens, die neue Steuerungsgeneration Dialog4 zeichnet sich durch eine intuitive und einfache Touchbedienung aus. Dadurch können werkzeugabhängige Programme schnell erstellt, modifiziert, gespeichert und vervielfältigt werden. Zweitens, kompletiert wird die Schnellentgratpresse durch ein komplett neu entwickeltes Hydraulikaggregat. Alle Komponenten sind wartungsfreundlich montiert und die Armaturen und Steuerblöcke durchgehend galvanisch verzinkt. Drittens, die Servohydraulik kann den Energiebedarf der Entgratpresse bis zu 60% reduzieren. Und viertens, die KRC RobotStar Robotersteuerung ermöglicht kundenspezifische Bedienoberflächen. Die Anlagen ermöglichen hohe Verfahrgeschwindigkeiten und schnellere Abläufe und bieten den Kunden die Möglichkeit der flexiblen Adaption an neue Herausforderungen.